Hallo, ich bin Sui, ich bin 16 Jahre alt und komme aus Berlin. Ich werde Vertigo von U2 spielen. Francesco hat mir das im Schlagsunterricht gezeigt und ich mache das einfach direkt und deswegen spiele ich es. Rock höre ich sonst eigentlich nicht, aber am meisten Musicals. Das ist, was ich sehr viel höre und einfach aus verschiedenen Filmen und halt Pop. Mein Vater war Schlagzeuglehrer und hat mir das Schlagzeugspielen ein bisschen beigebracht, aber jetzt bei Planet Drum bin ich seit drei Jahren. Ja, also ich fand es sehr toll, einfach auf der Bühne zu sein und Schlagzeug zu spielen und wollte es deswegen nochmal gerne wieder machen. Hey, ich bin Sui und viel Spaß bei Vertigo. Musik 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 Dunfaat Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017